Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Zwei Menschen, eine Liebe. Wären wir vor fünf Jahren nicht so mutig gewesen, dann ständen wir jetzt nicht hier. Gemeinsam haben wir viele Steine beseitigt und blicken geradeaus nach vorne. Gemeinsam in eine Richtung, ein Weg, ein Ziel. Deshalb haben wir beschlossen, genau hier, auf der Meinschiff 6, nächstes Jahr im Februar zu heiraten. Folgt uns auf unserer Reise. Also here are we, rem liberaler Reise. Auf dietrich 10, 1833+, zeig es vor allem für ein Lieblings 뭐�ók. Bis zum nächsten Mal.